Hi Coaches, Alex von Coach Bell ist hier. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Videoclip hochladen könnt, um eure Analyse zu starten. Wir befinden uns hier im Dashboard und gehen links auf unsere Fernbedienung auf den Button Video. Hier kann ich alle möglichen Videos, die ich an meinem Laptop gespeichert habe, einfach reinziehen und so ist das Video hochgeladen. Wenn es fertig hochgeladen ist, ist es hier und fertig zur Bearbeitung. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Bearbeitung und bei der Analyse deines Videos.